Hallo zusammen! In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie ihr für eine ganz spezielle Gruppe von Wildbienen eine Nisthilfe schaffen könnt. Das sind nämlich Schneckenhaus bewohnte Wildbienen. Diese Schneckenhäuschen finden wir sehr gut am Waldrand, wie wir da jetzt gerade sind. Wir machen das jetzt mal auf die Suche nach so Schneckenhäuschen. Wir kommen gleich wieder. Hier haben wir jetzt ein paar schöne Schneckenhäuschen von Weinbergschnecken gefunden. Es gibt ja verschiedene Arten, die in Schneckenhäuschen mischen. Darum ist es sehr wichtig, dass man unterschiedliche Schneckenhäuser sammelt. Und gerade im Garten findet man so noch viele kleine Arten, wie zum Beispiel die Ringelschnecken, die man dann auch für die Bienen bereitlegen kann. Und als Standort für solche Schneckenhäuser eignet sich eigentlich im Garten so ein Ort, wo zwar Vegetation wächst, aber wo nicht allzu dicht ist. Und da kann man jetzt die Schneckenhäuschen mit dem Eingang nach unten verteilen. Wichtig ist auch noch, dass man vielleicht nicht nur an einem Ort Schneckenhäuser hertut, sondern an unterschiedlichen Orten im Garten. Deshalb ist die Chance grösser, dass an einem Ort eine Bienen hineingeht. Und ja, ich hoffe natürlich ganz fest, dass es bei euch klappt mit diesen Schneckenhäusern und dass da ein paar neue Bewohner sich einnisten werden. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen! Copyright MDR 2021 Gerade locativ movee Romulan